Jetzt habe ich eine schlechte und eine gute Nachricht. Die schlechte Nachricht zuerst im zentralen Mittelmeerraum wird sich ein Unwetter-Tief formieren und einige Tage dort aufhalten. Hier ist auf unserem Strömungsfilm eingezeichnet ein klassisches Genua-Tief. Das wird in Norditalien gewaltige Unwetter produzieren, riesige Regenmengen, vor allem in den Alpen dort und auch im Apennin. Bei uns hingegen wird davon nicht viel ankommen, sprich von den Unwetter gar nichts. Ein bisschen Regen wird vor allem am Montag im Südwesten fallen. Ansonsten ist beim Wetter wirklich alles ganz tiefenentspannt, wie bei unseren beiden sympathischen Störchen hier in Röttenbach. Also unsere Wetter-Komm-Live-Kämmen erfreut sich hier weiterhin großer Beliebtheit. Das Wetter, naja, das ist gerade nicht so beliebt im Südwesten. Da wird es vor allem von der Kölner Bucht bis in den Odenwald, zum Teil auch im Stuttgarter Raum, am Vormittag regnen. Ansonsten nach Nebelauflösung, teilweise dichtere Wolken, teilweise aber auch ein bisschen Sonnenschein. Und im Laufe des Nachmittags wird es auch im Südwesten tendenziell so ein bisschen trockener. Viel wird dann in Sachen Regen nicht mehr passieren. Die höchste Temperatur im Nordwesten zwischen 5 und 8 Grad. Sonst wird es 9 bis 14 Grad mild. In einigen Alpentälern wird es die höchste Temperatur deutschlandweit geben. Durch den Föhn, der hier aktiv ist, hier sehr eingezeichnet. Auf den Bergen Windstärken 6 im Mittel aus Südwestern. Es ist meistens eine nordöstliche oder östliche Windrichtung. Blicken wir auf die Folgetage. Da sind insgesamt viele Wolken unterwegs. Zwischendurch gibt es auch ein paar Lichtblicke. Hier gibt es die meisten Wolken am Dienstag im Osten. Hier einige wenige Tropfen. Am Mittwoch kann es am Nachmittag im Norden eventuell tröpfeln. Auch im Süden örtlich ein bisschen Regen. Aber das wird nicht viel sein. Meistens ist es trocken, ganz sicher unwetterfrei. Und die Höchsttemperatur liegt am Nachmittag am Mittwoch meistens zwischen 8 und 11 Grad.